was geht leute willkommen zu fortnite ich hoffe du bist wieder mit dabei leute wir gehen nach was weiß ich wie lange wir pause jetzt von fortnite hatten auf jeden fall wir gehen rein und wir sehen einfach neue waffen neue realitätserweiterung abonniert aktiviert die glocke lasst eine bewertung da schaut unter video beschreibung da ist natürlich auch alles verlinkt viel spaß mit dem video bei mir ich hole den kurz easy das ist nur einer warum komme ich warum komme ich okay hat jemand noch einen schlüssel? hier ist ein gegner bei mir ich wollte den pistol auch noch extra mitnehmen wenn du deinen schlüssel mitgeben könntest aber ist gar nicht da also ja ich habe mir noch einen schlüssel gebrochen hab einen jungs nicht mit mir alter hab ihn ich habe schon zwei geholt was geht bei mir grad ey da ist noch einer gäh passt auf ey jungs von dinger wird auch geschossen scheiß drauf scheiß drauf geht weg haut ab scheiß drauf ich wollte meine silent sniper noch nehmen äh pissen ja die wollen auch diese bots holen ich glaub die vom berg werden kommen ey ja normal werden die kommen jungs wer nimmt getränk mit? will jemand getränk? ich bin getränk hier sind zwei getränke ey nehmt wenn ihr wollt ey der nervt die musst du dort bei dinger eingeben ich werde angeschossen von wo war das grad? nein nein von woanders aber pass auf spring ein bisschen rum komm her komm hierher aber hast du die karte geholt ich hab auch eigentlich keinen platz ja immer noch warte mal ey bitte ey du habt den miss getroffen der haut ab die islamer what the fuck hier ist einer ey lass es wegrennen geht rein 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 weg mit denen ich hab drei biggies und im haus ist noch ein biggie wer wills noch wissen? hier vorne ich nehm den ist mir egal ich hab genug von euch ich nehm den ist mir egal ich hab genug von euch wo ist der? hier die sind hier hier bei mir bei aben hab den ein oh mein gott du ey bitte ich hab den nok ich werd die ganze von diesem scheiß Berg angeschossen wo dieser Arsch ist ich hab einen von dort geholt aber ich glaub der hat den wieder hochgehen ja der an da ist noch einer da ist noch einer der holt den hoch der ist schon mal weg so einfach wird das nicht der kommt zu mir hier rüber vorbei da leben noch zwei da leben noch zwei hä der wurde der ist aber direkt knockout gegangen den hab ich dann rennen sehen weiß ich nicht ach egal wir haben abends karte wir können gleich abhauen bin ich hier ist getränkt ja ja man bin ich du hast recht da kommt nochmal welche ist nochmal eine schaffst du den? ja okay da war noch einer oder? ne mit Sniper das war der letzte den ich gesehen hab okay meine Adler Augen übersehen nix hey diese Dinger Jungs warte ich mach das kurz weißt was Abel hier nimm du die mythische Pump gib mir die andere die lila ne orange juice juicy da da die ist hier die ist hier weil ich spiel ja mit Maschinenpistole da ist Getränk hier egal das nehm ich dann ich kann aber hier nimm du das ich hab 6 Minus weggelegt 3 Bigis 2 O-Säffel hier Jungs da kommt hä ja ja direkt vor mir hab das weg hab den weggelegt hab den weggeschleudert der ist auch weg ok das war's Jungs was geht wir haben noch einen Gegner hier hab den gesniped hä der hat doch getroffen der war drauf hab den nochmal gesniped wo ist der überhaupt ich seh den nicht mal achso da hinten ey bitte nicht stehlen komm was der Mann nicht klauen bitte nicht klauen ich hab den zweimal gesniped und einen Silent Pistol also das war das einfachste Video Win überhaupt nice machen wir jetzt noch einfach so ne hobbelose Runde let's go Abim hört immer Musik an Muruf ist das deine Disco Moke? der hat seine jungen Zeiten vermisst glaube ich ich hör so neben mir so so die ganze Wohnung Anna 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 was ist der Tresor ah da haben wir doch mit Dani des Todes Kampf gehabt unten wo die Leute auf uns gewartet haben die ganze Zeit heute werden die Boss äh Boss Boss misshandeln hey wo war das ey war das hier der hat einfach alles genommen oh mein Gott mk7 oh mein Gott alles wegen Abend mk7 ey ich konnte mich nicht zurückhalten bei mir hat Alarm nichts gemacht aber guck mal ich hör Musik Murug ey schau das oiga der lauteste Gleiter den es gibt Arm kommt extra zu dir glaube ich grad becginn keine Ahnung ich hör das ganze d nett den ich sehe alles vor hinten Jungs gegner denn da überhaupt da oben fliegt jemand oh mein gott hinter hier ist auch Gegner. Jawoll, Stabi. Hier sind Gegner morgens ohne Ende. Hier ist Ballon. Ey, bitte, Alter. Von zwei verfickten Seiten, Alter. Und der Wichser heilt sich jetzt. Ich hoffe, niemand findet mein Orange Juice. Das ist mein Juice. Der hat sich geheilt.